Mein Name ist Rolf Herzog. Ich bin der Inhaber der Firma Herzog Etiketten hier in Rohrbach. Unsere Firma existiert seit 100 Jahren. Wir sind insgesamt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind, wie Sie schon gemerkt haben, ein Familienbetrieb. Seit etwa 50 Jahren haben wir das Produktionsprogramm geändert und sind jetzt in den letzten 25 Jahren im Etikettendruck tätig. Wir arbeiten mit verschiedenen Techniken, Flexordruck und verschiedenen Veredelungstechniken. Auch im Digitaldruck sind wir tätig. Unser Hauptgebiet sind Industrieetiketten, Lebensmitteletiketten, aber ganz stark sind wir auch vertreten im Weinetikettenbereich. Das hängt auch damit zusammen, dass wir hier im Weingebiet sitzen. Unsere Kunden sind zum Großteil in unmittelbarer Nähe. Wir machen Siebdruck, wir machen Heißfolienprägung, Blindprägung. Über 20 Jahre haben wir das erste Mal aufgestellt. Mittlerweile sind es dann sechs Maschinen insgesamt und wir haben immer eine neuere Generation und sind auch technisch damit breit aufgestellt. Wir haben jetzt neu investiert, um speziell die Veredelung mit Weinetiketten noch auf ein höheres Qualitätslevel zu erheben. Meine Auffassung ist, dass der Markt sich gerade bei Selbstkleidungsetiketten immer kontinuierlich weiterentwickelt und wo es immer wieder Marktnischen gibt. Und auf diese Marktnischen werden wir uns auch in Zukunft weiter einstellen. Diese neue Maschine, die wir haben, die ist eine Inline-Maschine auch für Prägung mit einem Schweizer Aggregat. Auf jeden Fall sind wir so aufgestellt, dass wir alles, was der Markt erfordert, in höchster Qualität bieten können. Für die Zukunft und auch jetzt schon ist ein großes Thema die Nachhaltigkeit. Das fängt bei der Technik an. Unsere Maschinen sind mit LED-Trocknung ausgestattet. Das heißt Stromersparnis und wir denken über Photovoltaik auf unserem großen Hallendach nach. Ganz speziell sind wir auch jetzt dabei. Die nachhaltigen Materialien, speziell im Weinetikettensektor, Graspapier und ähnliche Dinge, die jetzt nachhaltig auch von unseren Lieferanten produziert werden und die wir dann auch unseren Kunden offerieren. Die Nachhaltigkeit 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 Die Nachhaltigkeit